Guten Morgen, das Video, ich habe gestern auch zwei Videos veröffentlicht, die zwei Videos, die ich sozusagen noch auf Halde hatte und war natürlich ein Fehler, aber es geht einfach drunter und drüber zur Zeit und von daher habe ich das gestern dann wieder auf Privat geschaltet, das haben aber schon 100 Leute gesehen, ich habe es trotzdem erstmal auf Privat geschaltet und will das heute, will das heute wieder als Video, das tägliche Video machen, allerdings wenn ich das einmal auf Privat schalte, dann ist es nicht mal möglich, die Abonnenten zu informieren. Das heißt, ich muss jetzt dieses kleine Zwischenvideo machen, um dann in dem Link unten Infobox, Infokarten oder hier sichtbar darauf zu verweisen, wo das Video ist und weil über dieses Video jetzt kann ich euch informieren, das heißt, eventuell haben es gestern schon die Leute gesehen, das Video von gestern, eins der beiden ist das Video von heute und der Link, den seht ihr hier, das war es. Bald ruft sich alles wieder ein, aber es ist wirklich zur Zeit alles drunter und drüber, der Computer läuft auch noch nicht so, wie er soll und mit dem Programm, es wird.